Äh, wir gehen rein in ein paar Reactions, würde ich sagen, Chat, oder? Das ist Klicks legendär und die Kids wollen mehr. Es sind, äh, es ist, äh, ich wichs am Limit. Legendär und die Kids wollen mehr. Das ist Rich am Limit. Oh, oh, oh. Okay, ich habe gerade zum ersten Mal in meinem Leben Kippen gekauft. Alter, das ist mir gerade aufgefallen. Und hier die richtige Antwort. Oh, nein, das stimmt nicht. Kevin raucht auch. Kevin raucht auch. Ich habe nie Kippen gekauft. Ich wusste nicht mal, wie viel ich nehme. Ich meine, aber sogar geben sie mir die größte. Aber warum hast du Kippen gekauft? Der Sieger darf, wurde einfach, gut gemacht, fast. Ja, du brauchst dich doch nicht. Ach so. Ich habe heute das erste Mal Kippen gekauft für Sascha. Ey, du, Digga. Kann ich, äh, guck mal, das ist für Schulen. Dankeschön für den Zapf. Kann ich nicht als Schule ausgeben einfach? Ich meine, ich habe auch mit kleinen Kindern was zu tun. Toast, Fred Perry mag ich nicht. Danke für die drei Euro. Fred Perry? Was ist Steph Curry? Gut, so. Was hat Kevin jetzt gesagt? Kann ich nicht als Schule ausgeben einfach? Ich meine, ich habe auch mit kleinen Kindern was zu tun. Oh, nein. Kevin. Das ist okay, Daniel. Das ist nicht fucking. Ganz falsch, ganz falsch. Ein Video mal für diesen extremen. Also gut geht es ihm ja nicht, ne? Gut geht es ihm ja nicht, dem Jungen. Oder? Alles klar. Let's go. Also, Bro. Danke dir, Marc. Wirklich sehr, sehr krank von dir. Yo, moin mein Bestand. Shed, meint ihr, wenn ich meine Haare blond färbe, dann weiß Inscope Nico endlich, wer ich bin und ich kann auch bei ihm im Stream sein? What the fuck? Was soll die Scheiße? Antonia, du bist bei mir im Stream, bei keinem anderen. Wir sind, hä? Sieht sehr, sehr gut aus, ja. Ich finde, Antonia ist ne wirklich, ne wirklich nette. Epis gönnt zwar auch und sagt, Backpulver auf die Flecken machen, am besten nur auf weißen Stoff. Ja, beide Pullover sind leider blau, ne? Mein Givenchy ist blau. Endlich mal wieder was Neues von Givenchy. Wenn ich Wasser auf eine Tastatur mache und dann da die Anpass kriege ich dann einen Elektroschock? Wir haben Computer erfunden und sind zum Mond geflogen. Doch wieder Erwarten hat unsere individuelle Intelligenz nicht zugenommen. Wenn er wie wir, ich gehe ja richtig ran. Lieber, so ein Käfer. Käfer? Ja. Wer die Käfer, typischer Wäsche. Das ist, ey. Der Käfer hätte safe giftig sein können oder sonst was, Bros. Was macht ihr? Wollt ihr mal? Also, chill mal alle. Chill mal alle. Gigant. Liga. Chill mal alle. Was ist los alle? Kurz Frankfurter geworden. Ihr appreciatet das wenigstens zu null Kommand. Bruder, ich mache gerade eine Ansage. Ich habe gerade vor, was Wichtiges zu sagen. Und du fährst hier. Warum muss er so laut sein? Er kann doch leise anfahren. Also, seien wir nicht sauer. Wenn du Ruhe haben willst, zieh aufs Land. Ja. Ich habe eigenen Brüder gegessen. Da. Bei Kartoffel, Suppe, ich mir alles... Oh, ist das dein Bruder? Ist das dein Bruder? Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Hört doch auf, alle so dumm zu sein. Oder euch so dumm zu stellen. Oder... Hört einfach auf zu... Oh, ihr seid alle so... Oh nein. Oh nein. Oh nein. Das ist ein Bubar haben in den Chat, Leute. Ganz viele Bubars. Weißt du? Ja. Wenn jemand so große Oberwald hat, dann benutzt man Bubar. Ja, ja, ja. Weißt du? Mhm. Äh... Ah, Nick, das war sauweird. Danke dafür. Äh, ich glaube, ich starte den PC auch neu, damit der mal neu gestartet ist. Mhm. Also, ich habe nichts erwartet, aber es ist etwas völlig anderes rausgekommen. Erzählt mir von einer Situation, die euch klargemacht hat, dass Frauen nicht gleichgestellt sind und stitched es. Ist das ein Mensch oder ein Junge? Wow. Was? Was? Äh, boah. Kann ich nicht einfach mal jetzt einer durchziehen? Oh, ich bin der Beste! Nein! Oh nein. Nein! Nein! Der ist wirklich der Glösser. Deine Scheiß! Ver- Der Hund! 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 Ach du Scheiße! Hast du noch Blades? Ja, ne? Hier wurde der Arsch versorgt. Wir schicken dich zurück. Ahne, das war noch in den Halle. Einen Bratwarttypen eingepackt haben. Ich habe gesagt, eine Schweine Rade. Jetzt brauchen wir nur noch... Stinken eure... Jetzt brauchen wir nur noch einen Idioten, der die schwarzen Wäden hat. Nein! Oh! Alter! Chat! Wer hat nicht schon mal drüber nachgedacht? Oder? Oder? Nee? Nein? Keiner? Alles klar. Reden wir nicht drüber. Scheiß drauf. Da locken wir Bratwart hin und knacken. Bitte nicht klippen oder... Ne? Lassen Sie es einfach vergessen. Ist das normal? Ich dachte immer zuerst bei Ola Kala steht, oh, oh, kacka. Das sieht... Ja. Oh Junge. Oh! 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 Oh Junge! Wie alt sind die? Sieben? Acht? Keine Ahnung. Müssen dann meine Zuschauer sein, ne? Ja. Ich kann doch mal zwei machen, die die Waschmaschinen herstellen. Persil. Na, falsch. Und weißer Riese. Deswegen ist mein Gehirn so gut, weil es so schnell arbeitet, dicker. Es ist so schnell. Bosch und Henkel. Oh! Wasch... Hat er gesagt Waschmaschinen oder Waschmaschinenmittel? Deswegen ist mein Gehirn so gut, weil es so schnell arbeitet. Wieder mal kein Konzept. Videos, die keiner checkt. Checkt die Klicks. Ich mach Memes für die Kids. Stecke so viel Arbeit in die Videos. Sieht man das? Sieht man das? Aktiviert die Glocke, damit die auch nichts verpasst.